Wenn ihr am Campus Material aus der ISB-Didaktik sucht oder vielleicht sogar eine Veranstaltung vorbereiten möchtet, gibt es im neuen Campus die Didaktik-Suche. Dafür klickt ihr einfach hier oben auf Didaktisches Material. Bitte auch hier immer daran denken, dass ihr angemeldet seid, denn nur als Netzwerker habt ihr die Berechtigung, die Didaktik zu sehen. Was kann jetzt die Didaktik-Suche? Ihr habt hier im Unterschied zur Expertensuche die Möglichkeit, innerhalb unserer ISB-Didaktik noch weiter zu filtern. Themen könnt ihr über das Freitextfeld oder die Schlagwörter definieren. Ihr könnt eine oder mehrere Kategorien auswählen. Durch Drücken der STRG-Taste wählt ihr mehrere Kategorien aus. Ihr habt die Möglichkeit, die Sprache einzugrenzen. Wenn ihr zum Beispiel für eine englischsprachige Veranstaltung englisches Material sucht, würdet ihr das Deutsche wegklicken und das Englische anklicken. Und jetzt kommen die Besonderheiten. Ihr könnt den Didaktik-Typ, Niveau, Setting und Dauer steuern. Wenn ihr einen inhaltlichen Input machen möchtet, dann kann es sinnvoll sein, dass ihr ausschließlich nach Handouts sucht oder nach Schlüsselbegriffen. Wenn ihr Übungen vorbereiten wollt für einen Workshop, habt ihr die bekannten ISB-Übungen, Reflexionsübungen, Spiegelungsübungen, vielleicht auch Grafiken, Modelle, Anwendungsübungen. Hier könnt ihr frei auswählen, was für euch da Sinn macht und darüber im Vorhinein bereits die Ergebnisse eingrenzen. Hier findet ihr die Niveaustufen, Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis. Wenn ihr selbst jetzt zum Beispiel bereits zwei Jahre ISB und ein Mastercurriculum gemacht habt, empfiehlt sich es auf jeden Fall, die Profi-Ergebnisse mit einzubeziehen. Auch hier könnt ihr einschränken. Das Setting sind einige Ideen von uns, für welches Setting die jeweiligen Übungen und Inhalte sinnvoll sein könnten. Auch hier könnt ihr auswählen, wenn ihr beispielsweise im Einzelcoaching arbeitet, könnt ihr Großgruppen schon mal wegklicken. Dann habt ihr relevante Ergebnisse direkt ausgeschlossen. Und ihr habt hier die Möglichkeit, zeitlich einzugrenzen. Stehen euch beispielsweise nur 60 Minuten zur Verfügung, könnt ihr diese direkt wegklicken. Dann geht ihr auf Suchen und erhaltet hier, sortiert nach dem jeweiligen Typ, eine Auflistung eurer Ergebnisse. Das Angelegen Untertitelung des ZDF, 2020